Hallo, ich bin Simon von der Firma Bossart. Gemeinsam mit meinem Ingenieurkollegen David befinde ich mich in einem der akkreditierten technischen Laboratorien von Bossart. David hat soeben begonnen, einen professionellen Industrieetikettendrucker unseres Kunden Novex Solutions zu zerlegen. Warum, fragen Sie sich? Weil unser Kunde uns beauftragt hat zu untersuchen, ob wir für die Konstruktion des neuen Prototyps Einsparungsmöglichkeiten finden können, ohne die Qualität des Produkts zu beeinträchtigen. Die wichtigsten Fragen waren, verwenden wir die richtigen Verbindungselemente? Wie können wir den Montageprozess beschleunigen? Und wie können wir die Anzahl der verschiedenen Teile reduzieren? Aus diesem Grund hat David dem Kunden den Expert Teardown Service angeboten. Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber die gewählte Verbindungstechnik kann einen erheblichen Einfluss auf ihre Gesamtbetriebskosten haben. Doch wie funktioniert der Expert Teardown Service eigentlich? Während der Zerlegung des Etikettendruckers dokumentiert David die Art und Funktion der einzelnen Verbindungselemente. Außerdem beschreibt er den Montageprozess und hält die Zeit fest, die er für die Montage der Schrauben benötigt. Nun beginnt er damit über Lösungen nachzudenken, welche die Montagezeit verkürzen und Produktionskosten einsparen. Gleichzeitig identifiziert er potenzielle Qualitätsrisiken und erarbeitet entsprechende Verbesserungsvorschläge. Möchten Sie das Ergebnis von Davids Expert Teardown Projekt sehen? Dazu erstellt David einen detaillierten TCO-Bericht, der verdeutlicht, welche Auswirkungen die dem Kunden vorgeschlagenen Lösungen haben. Indem die Verbindungselemente so weit wie möglich vereinheitlicht werden, können wir sehen, dass Davids Lösung die Vielfalt der Verbindungselemente um 42% von 36 auf 21 unterschiedliche Teile reduziert. Ich bin mir sicher, dass die Einkaufs- und Logistikabteilung des Kunden dies zu schätzen weiß. Lassen Sie uns einen Blick auf einige der vorgeschlagenen technischen Lösungen werfen. Beispielsweise erlaubt es diese Bossart EcoSyn Grip Schraube dem Unternehmen Novex Solutions bis zu 25% des gesamten Kosteneinsparungspotenzials zu generieren. Denn die EcoSyn Grip Schraube vereint verschiedene Funktionen, wodurch die Montagezeit reduziert wird. EcoSyn Grip gewährleistet Losdrehsicherheit bei voller Tragfähigkeit. Darüber hinaus wird das Risiko von Montagefehlern deutlich reduziert, ein weiterer wichtiger Qualitätsvorteil. Insgesamt hat David unterschiedliche technische Lösungen vorgeschlagen, mit welchen sich die gesamten Montagezeit für diesen Etikettendrucker um 26% verkürzt. Das Endergebnis von Davids TCO-Bericht zeigt ein Kosteneinsparungspotenzial für Novex Solutions in der Höhe von 28%. Diese ganzheitliche Sicht nennen wir bei Bossart Proven Productivity. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung und finden Sie heraus, wie wir Sie mit unseren Assembly Technology Expert Services unterstützen können. Kontaktieren Sie unsere Experten unter bossart.com Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020